Tally Ho, hier ist der Schmeres und wir wollen auf monstermäßige Käferjagd gehen mit Lost Planet 2. Ich bin aber nicht alleine hier, denn ich habe dabei den Cracky. Hi, Mann! Hi, Schmähn, und ich habe dabei den Madcow. Booyah! Und wir laden uns jetzt unseren dicken Wummen nach und sehen mal zu, was für Käfer wir zerstäuben können. Oder irgendwelche Eingeborenen oder... Was weiß ich was. Immer diese Eingeborenen. Immer diese armen Eingeborenen. Immer diese Rasterleute. Diese Rasterheads. Wir haben uns hier über Xbox Live verlinkt mit 500 Headsets im Anschlag. Und wir hoffen, dass es funktioniert. Aber es müsste. So, wer Lost Planet 2 nicht kennt, der wird es jetzt kennenlernen. Es ist Ballerei pur. Mehr muss man nicht sagen. Viel Spaß mit diesem Video. Gold. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Hier ist ein sehr interessanter Story-Shortcut. Das ist die Einsatzbesprechung. Was da unten steht, kann man eigentlich perfekt ignorieren und einfach nur hinschreiben, töten Sie alles. Ja, und aktivieren Sie Ihre Rücksetzpunkte. Und am Ende am besten noch sich selbst. Genau, Spawnproject aktivieren und Gegner killen. We need to get past that King. Move forward and activate those Dataposts. So, hier links läuft der Cracky. Da hinten läuft der Mad Cow. Die anderen sind die computergesteuerten Idioten. Wir müssen durch die Frontlinie brechen. Eröffnet das Feuer, liebe Mannen. Und schmeißt Granaten. Nicht auf mich. Auch wenn da keiner ist, Granaten kann man immer schmeißen. Sieht halt cool aus. So, jetzt habe ich hier mal einen dieser Datenpunkte aktiviert. Die sind wichtig, weil ihr damit eure zusätzlichen Respawn-Pointe aktiviert und auch Kampfpunkte wieder gewinnt. Weil jedes Mal, wenn ihr stirbt, verliert ihr eine gewisse Anzahl an Kampfpunkten. Ja, 500, glaube ich, kriegt man abgezogen. Und 500 kriegt man dazu, wenn man so eine Datenstation erobert. So, ich nähere mich jetzt von hinten an diesen Bunker hier. Oh mein Gott. Ich muss jetzt meine Kampfpunkte in Lebensenergie umwandeln. Oder was ist das? Oder diese gelbe Einheit. Thermale Energie. Diese Thermale Energie in Lebensenergie umwandeln. Daio, Turretman. Triff Wasser. Das Spiel hat auch quasi einen gewissen Aufbaustrategie-Wert. Fäck da. Ja, hier liegt ziemlich viel in die Luft. Oh mein Gott. Ja, das macht viel Boom Boom. Du schießt auf mich. Du schießt auf mich. Einen Enterhaken? Darf ja in jedem Spiel dich fehlen, ne, Matt Kau? Ja. Hinter dir. Ja. The Devil May Cry Matters. Man sieht diese orangenen Flecken auf dem Boden. Das ist die Thermale Energie. Ist das ein Grafikfehler? Ach nee, das leuchtet nur so. BAM! Ist das ein Grafikfehler? Ja, diese Kisten, die liegt... Ich wollte auf ein Fenster schießen. Oh, sorry. Nee, das war ich. Na, den muss ich immer einmischen. Ja, jetzt spiele ich wenigstens einigermaßen gut. Vorhin lief ja meine Aufnahme nicht. Ich muss ja auch mal der Bösewicht sein. Ja. Aber dank der Datenstation haben wir oben rechts jetzt auch die Übersicht und sehen, was hier abgeht. Und bekommen vor allem auch die Feinde markiert. Was sehr praktisch ist. Granaten schmeißen und dann abschießen. Der Luft kann alles. Das ist geil, ne? Das finde ich auch cool. So, ich hab jetzt mal hier ordentlich offen und so. Oh, warum schmeiß ich denn hier Granaten? Ich hab mich grad selbst getötet. Fabulös, meine lieben Damen und Herren. Meine lieben Ravioli-Kollegen meinen... Die müssten einen Cheeseburger essen oder sowas. Hier bin ich. Ja, um das mal zu zeigen, hab ich mich jetzt getötet. Jetzt darf ich nämlich an so einer Datenstation wieder einsteigen. Warte, hast du das schon ausgewählt? Die Jungs haben gerade eine aktiviert und zu der darf ich jetzt auch springen. Mettes, komm mal mit. Ich wollte eigentlich diese Truhe öffnen, aber anstattdessen hab ich Granaten geschmissen. Geschickt, wie ich bin. Du musst auf den T-Vorsorger wechseln. Mit gelb. Und dann machst du jetzt eine Granate. Das wollte ich eigentlich machen, aber ich hab dann auch Granaten geschmissen. Das war sehr geschickt von mir. So, so macht man das. Genau, die Kiste wollte ich auch machen. Mit Thermalen Energie kann man nämlich die Gegner, beziehungsweise die Kollegen versorgen, wie jemand ein Schild hat. Ich will kein Schild. Muss man da hoch jetzt oder was? Gehen wir mal aufwärts. Krieg, Krieg, Krieg. Krieg, Krieg. Krieg ist immer gleich. Wir wollen alle Krieg. Ein Mech. 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 Bio-Mech. Mechta. Mechta, wie die hier heißen. Bio-Mech. Oh, der schießt auch nicht so. Ich nehme mal hier so eine Garage hier auseinander. Und hier steht ein VS rum. Ein Vital Suit. Das ist so ein Bio-Mech. Ich nehme den Turm unten links auseinander. Steige ich jetzt ein und dann kann ich es voll ablegen. Eck da, Daniel. Hier steht so ein Kacke-Konke. Yeah. Aua. Was? Also das Spiel ist extrem unfair. Ja. Das ist wohl wahr. Ihr könnt es eigentlich ziemlich knicken, um das alleine spielen zu wollen. Mit der KI. Das geht gar nicht. Die KI ist einfach unfähig. Ich reparier dich. Ich habe ja im Forum nach Mitstreitern gesucht, weil es alleine nun mal wirklich ein bisschen traurig ist. Du siehst noch ein fetter Klatschen. Hermal-Energie. Also haben wir kurzerhand zur Videothek gegriffen, um den Mattes unter die Arme zu greifen. Ja, genau. Mattka und ich, wir haben uns das ausgeliehen. Kann man hier die Tür aufmachen? Unsicher waren, ob wir uns das holen sollen. Ich hatte erst überlegt, ah ja, Willows Plans 2, das ist Capcom, das ist schon, das wird schon irgendwie klappen. Aber, jetzt nach vielen Stunden Spielen bin ich es noch ganz froh, es erst ausgeliehen zu haben. Weil sich irgendwie der Spielspaß mit mir sich noch nicht komplett erschließt. Ich finde gerade so, Koop macht es natürlich Laune. Ja, dann schon, klar. Ah ja, jetzt haben wir das Level geschafft, jetzt müssen wir nur in diesen roten Bereich oder was. Zumal wir hier nur einen Teil des Spiels spielen. Wir spielen jetzt die Kampagne, die man online und offline zocken kann. Es gibt ja noch einen ganz anderen Teil und zwar diesen Multiplayer, also den Competitive, also gegeneinander. Also mit Team Deathmatch, Deathmatch, Capture the Flag und sowas. Was dann wieder etwas losgelöst von dem ganzen Kampagne-Modus ist. Yo, Capture the Flag. Den Flag. Ja, Capture the Flag. Capture the Flag. Fang den Flag. So, wir steigen in die nächste Mission. Yes. Mission Impossible. Mission Impossible. Mission Impossible. Wenn ihr euch wundern, warum ich so viele Headseats aufhabe, das kleine ist für Skype, das große ist für das Spiel und das ist zur Show. Ja, das Xbox ist für Deko, genau. Oh man, ich bin auf dem Feuer. Was ist denn da oben, Dude? In der Hütte sind Waffen. Ja, aber das Wappen wechseln finde ich so ätzend, dass du so stehen bleiben musst, oder? Ja, das ist auch so ein Problem. Das ist wie bei Monster Hunter. Ja, alles ist regel. Das ist das, was ich meine. Auch wenn du schlägst. Man kann schlägen. Ja, aber das macht nicht wirklich Schaden. Doch, an einzelnen Gegnern schon. Hast du die zerlegt? Yo. Die Turtles habe ich mal stylish jetzt ausgeschaltet. Ich aktiviere den Datenpunkt. Außer was, dass man für diese Datenpunktaktivierung so rumhämmern muss. Boah, für das Wies sind irgendwie überall unsichtbare Wände. Ich muss mich harmonisieren. Das ist ein Ausdruck. Das ist eine Harmonie mit deinem Umfeld. In der Harmonie. Voll die harmonische Beziehung. Oh, da ist gerade ein Gegner vor mir einfach gespawnt. Ja, das machen wir schon mal. Ja, die spawnen sehr leicht. Oh, der Mettes hat... Oh, die auch. Dreck von meiner Nase. Wir haben die nicht genutzt. Ich habe direkt mitgeballert. Ah, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, hier sind jetzt zwei weitere Zuts, die mich attackieren. Es gibt doch immer so Mini-Achievements im Spiel selber, wo du immer angezeigt bekommst, wer gerade abgegangen ist. Was ich auch recht nervig finde im Spiel ist eigentlich, dass wenn du getroffen wirst, du gar nichts mehr machen kannst. Du kannst keine Granaten schmeißen, du kannst gar nichts machen. Harmonisierer benutzen. Du kannst den Harmonisierer benutzen. Das ist eins, was du benutzen kannst, während du laufen kannst. Was du tust. Echt, den kann man während des Laufens benutzen? Jaja, du musst nur stehen bleiben zum aktivieren und dann musst du halt berückschalten. Oh, Fützen einsammeln. Ich versuche mal, hier die Datenstation zu captchern. Boah, eine dicke Gendlin. Wofür steht nochmal dieses V.O.S.? Dieses V.O.S. Vitalsuit. 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 Brautkleid. Hatz den Sud, Vitalsuit. So, wo haben wir denn hier noch Enemies? Nummer 2 fehlt noch. Die andere Seite, oder? Nee, Nummer 2 fehlt noch. Nimm ich gerade. Hast du den Punkt, musst du noch einen nehmen? Zacka. Jeeha. 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 Du hast da so einfach Gebrülle und so, oh, wir müssen alles töten. Ja. Das wäre cooler gewesen. So komplett auf Arcade gehen. Das sind die Stahlrastermänner. You are a Pirate. Ach, das sind Piraten, ja? Jetzt müssen wir verteidigen, oder was? Ja. Nee, alles für nüchten. Schon wieder? Ja. Ganz einfach. Greifen Sie die Dschungelpiraten an. Ja, da tun wir das doch. Das wird mit meiner Gendle natürlich ein Vergnügen sein. Und ich weiß wahrscheinlich wieder nicht, wo es lang geht. Ja, raus und dann auf die Brücke. Dann gehe ich über die Balustraten mit meinem Enterhaken. Der ist auch weggeflogen. Oh, oh. Nein. Crap. Mein toller V.S. ist kaputt gegangen. So ein Mist. Der war doch so toll. Ich bin ja ein mit meiner normalen Pimpi-Stock-Ganau. Was cool ist, man kann sich auch abseilen mit dem Enterhaken. Man kann sich auch drucken, indem man den linken Stick drückt. Was? Man kann die Gegner auch umbringen. Indem man draufschießt. Man kann schießen mit dem linken Trigger. Keine Ahnung. Nein, Achtung. Nein, mit dem rechten Trigger. Granaten werfen mit dem linken Trigger. Linker Kanal. Ich verbunkere mich jetzt hier. Ich verbunkere mich jetzt hier. So, ihr müsst alle hängen hier. Alle zappeln. So eine Plasma-Granate ist so eine Stun-Granate. Hinter der Balustrade. Die wurden von feindlichem Soldaten getötet. Ich harmonisiere mich. Diese Ragdoll-Effekts. Das sieht aus, als wäre der beim Abschießen direkt alle Knochen gebrochen. Ach, damn it. Ey, das nervt mich so. Wenn du getroffen wirst... Spiegelint. Ich bin echt gerade zu viel gering. Klong. Diese Sprinten ist so für die Katz. Ja, das ist, woran das ganze Spiel irgendwie krankt. So, dass man einfach gegen das Spiel an sich die ganze Zeit kämpft, habe ich das Gefühl. Weißt du? So, Gelegenheitsspieler Cracky stört das ganze jetzt nicht so sehr. Außer, dass er gerade gestorben ist. Gut, vielleicht mache ich auch... Mach ich mir auch alles gerade völlig kompliziert oder so. Sie wurden von feindlicher Soldat getötet. Hilfe! Harmonisier dich doch! Warte. Harmonize! Mette, es hat mal einen Moment. Ich tu den Datenpunkt einnehmen, dann kannst du dich hier vorne sparen. Zu spät. Harmonize! Aua! Ich habe mich vorgelegt. Daniel ist direkt vor mir zu Boden gegangen. Ja, ich hatte volle Energie und wurde von so einem Sniper getroffen. Dabei wollte ich den gerade wegsnipern. Weil jetzt gibt's Krieg, Baby. Achtung, Baby. Halt, Hammerzeit. Ich bin schon wieder gestorben. Diese blöden Sniper, die da oben draufstehen. Denk dran, jedes Mal, wenn du stirbst, verlieren wir Kampffunkte. Jaja, das ist das Problem bei der Sache. Genau. Jawoll, Chris. Ich zieh dich mal da oben. Ja! Ich runtergefallen! Entschuldigung. Ich bin sogar Kampfkolossen, ich frage mich, ne? VS im Kampf strategisch benutzt. Wahnsinn, wie kennt man denn sowas? Ja, saustrategisch. Rumgerannt und geballert. Gut, jetzt verpassen wir mal ein paar Rockets. Wir haben eine Rocketeer. Kann mich eine heilen? Ich kann nicht heilen, ja. Zu spät. Wenn ich irgendwann da bin. Ist kaputt. Ich bin gestorben, warum auch immer. Hallo! Scheiße. Das ist jetzt natürlich schlecht. Das ist saukacke. Ähm, wir sollten jetzt, glaube ich, extrem gut werden. Also jeder, der jetzt gerade am krebsen ist, kurz zurückkommt. Warte, ich hole den Multi-Suit-VS. Jetzt probieren wir das nochmal. Ich kriege den ja jetzt zum Laufen. Nein. Aram, ihr seid vorsichtig. Ach, ich weiß wie. Wir müssen hier unten einsteigen. Also separat, warte mal. Ich komme jetzt zu euch. Weil die können wir gut in der nächsten Karte gebrauchen. Hallo, ich schieße mit der Pipi-Maschine wieder auf so einen riesen Schiffen rum. Das bringt überhaupt nichts. Ist ja erklärbar. Mattis! Steige ein. Jetzt, da kannst du einsteigen, glaube ich. Okay, jetzt geht's. Ah, er ist platt, er ist platt. Jungs, kommt her, ihr könnt jetzt einsteigen. Wo ist das denn? Wie, wo? Ja, hier. Hinter euch. Jetzt müsst ihr es gehen. Ach, das ist ja geil. Ich muss jetzt runter, damit ihr einsteigen könnt. Ich kann hier einsteigen. Doch, kannst du. Hier steige ich nur ein. Benutzen. Da kommen noch zwei. Jetzt muss er auf, 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 auf und Schuss. Feuer frei. Ravi-Uniformers. Jetzt transform in roll out. Ja! Yes, baby. So, wer kommt noch? Wir wählen noch was. Wir sind mit dem O-Füschchen fertig. Wir haben es sauber gemacht. Los, wir müssen durch die Tür. Chris. Oder wo müssen wir hin? Nee, bitte. Ich glaube, wir müssen einfach nur warten, oder? Ja, wir müssen einfach nur warten. Wenn jetzt wieder coolig zusammenhangslos, wird geballert. Die sichtslose Typen, die telefonieren, auf dem Schlachtfeld. Mit Propellern auf dem Rücken. Nee, meine Frau ist dran. Die muss mir erst mal sagen, was heute auf den Tisch kommt. Heute ballert ohne mich weiter. Heute gibt's Ravioli. Aber gut aussehen tut es ja. Es muss essen gehen. Komm, essen. Mittag. Gut aussehen tut es ja. Ja, die Engine kann alles. Mission accomplished. Das lustige ist ja, jetzt haben wir diese Zwischensequenz gesehen und jetzt starten wir alle drei in den Mesh. Bio-Mesh. Und ganz woanders. Guns and Roses. Ich hab die meisten Punkte. Was hab ich getan? Ich hoffe, dass ich zumindest jetzt in den Mesh starte. Ich möchte ihn jetzt nicht hergeben. Please, wait. Ja, halt schon. Mesh wär cool, ne? Yay. Abbie seid nicht dran, oder? Wir müssen erst mal wieder einsteigen. Sekunde. Please, dann steigen sie ein.